es hallo und herzlich willkommen nicht zufälligerweise bei mir drin, oder? Jens schon, ich hab's auch auf Video gehabt. Das ist schön! So, hier kann man uns nicht so schnell was anhaben. Over, da kommt ein Tank an. Oder? Ja. Hab nen feindlichen Leichtpanzer gesichtet, over. Leichtpanzer. Den kann man uns anlegen, bin ich dafür, oder? Ja, klar kann man uns mit dem anlegen, kein Problem. Der kann nix. Na, der ist down. Kann ich überhaupt was? Okay, wollen wir mal dann fahren? Eine Sekunde. Da ist noch ein Tropchimps. Meine Mausempfindlichkeit ein bisschen hoch, ja. Ah! Schon viel besser. Bei B ist keiner. Na, können wir aufhören und könntest du schießt, dann könnt ihr auch sehen. Da da oben. Der ist da oben drin. Bei A ist da oben drin. Und dann oben. Der ist oben da drin. Der ist dahinter. Schieß mal da alles weg. Wir bringen das mal zum Einsturz, das Haus. Dann ist der schnell tot. Bei A, den seh ich. Wow, wir werden. Wir werden. Okay. Der bei A ist tot. Okay. Aber wir müssen noch auf einer sein. Ja, bei B, der ist oben im Haus. Okay, bei A ist tot und dann bei B. Da oben ist das. Das können wir sehen. Na, ich dachte. Da ist er. Oh, 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 oh. Was war das denn? Das war so ne, eh, TV-Bussel. Von dem Helikopter. Dort ist noch einer. Da hat einer auf uns geschossen, der ist tot. Wollen wir mal B einnehmen? Ja. wär wohl besser. Wahrscheinlich. Ja. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Ist der tot? Nein Nein, der ist dort Jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir kein Kugel mehr spawnen Oh! Das weiß Aber wo kam das denn jetzt? Da oben Da unten Er ist offen, warte ich steck aus Ich komme den Ich komme den hin schnell Hier unten ist der Er ist hinter dir Down Da ist noch einer Er ist auch tot Beide tot Wir kommen wieder zu dir Wow Ja, ich warte, bleib stehen Muss aussteigen Kannst du doch auch, oder? Was? Kannst du das nicht auch? Ja, okay, ich bin drin Es ist jemand anders im Fahrzeug Warte aussteigen, steig aus Komm Dann hol uns den hier, soll ich fahren, oder willst du? Einsteigen Der, der nicht fährt, wird meistens ausgeschossen, deswegen Ich habe Angst Wir fahren gerade irgendwie nicht falsch richtig Wow So Kann ich sagen, fahren mal zu dem Oh ja Ui Ui Wow Ja Dreh dich mal ein bisschen Dreh dich mal rein Das war jetzt nicht schlau Warum hast du ein bisschen streng nach hinten gefahren Mann, hab ich den erwischt? Ja, ich wollte den eigentlich überhaupt killen Wieso? So nötig Oh Gott Ich hab'n Jet, ich hab'n Jet, ich hab'n Jet, ich hab'n Jet Fick dich Fick dich Ich hoffe, ich hoffe, der Helikopter lässt sich nicht durch Nein, fangen wir uns da runter Ja Ich leute jetzt auf den nächsten Jet-Mont Wuuu Wow Achso Du bist los Die Maus ist anders, nee, nee Ich hab' hier nur die Maus Einstellung anders Der kommt nicht zu welchen Scheiße Ich hab' die immer noch nicht geändert Ich hab'n Feindlichen Panzerjäger in Orkogebiet Sicht it over Achtung, das Einflanzzielmode neutralisiert Da komme ich mal wieder Troll-Action Machst du mit? Ich fände erstmal dicker fast Machst du mit, Troll, oder? Ja, ich flieg' jetzt mein Jet in den Ozean, weil ich nicht kann Ich werde jetzt mit C4 ein paar Leute umbringen Okay Ja 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 Ich hab' C4 am Buggy Trollololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Du warst nicht mit dem Explosion vor dem Auge, oder? Ich würde sagen, Runde ist gleich zu Ende, ne? Oh ja, cool, geil! War nur 10 Minuten Aufnahme, oder? Ne, 15 Minuten Aufnahme. Mach dich aber! Einfach mal in die Luft geschießen, einfach mal das können. Das war jetzt episches Ende. Das war Bombe! Okay, dann bedanken wir uns erstmal wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächste Folge, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!